So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Welcome to Kowloon. Wir gehen jetzt mal gucken, was das mit dem rosa Tuch auf sich hat. Oh mein Gott. Wo ist denn hier ein rosa Tuch? Alter. Ah, hier. Hä? Was? Okay. Die lebten auch in der Garage? Äh, nein. Was? Mein Heiligtum ist wunderschön, nicht wahr? Ich hasse... Äh, ich habe mich hier versteckt. Ähm... Ja, aber vor allem Horror, der mir allmählich wieder fuhr in meiner Familie und dem ganzen Dorf. Und es ist nur, äh, es ist gut, dass ich mich, was, dass mich das nicht, hä, oh Gott, oh Gott, was ist denn das für eine Übersetzung? Sie benötigen diesen Raum, für was brauche ich diesen Raum? Gibt es hier noch was außer dem Quatsch hier? Oh. Wo sollten hier die Münze sein? Ach, da. Da, da. Aha, jetzt, okay. Ich würde sagen, mir reicht es jetzt so langsam. Warte mal, wo war denn der scheiß Raum, der Garten, der Gang? Mit der, mit dem Automat. Was ist das, das hier? Na, das ist der Kühlschrank. Hier, dann kann das sein. Oh, Mann. Alter. Hä? Ich blick's nicht. Ich blick's gerade gar nix. Okay, hier ist der Automat. Da war schon wieder jemand. Ey, wenn jetzt... Bitte. Nein. 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 Hallo. Kann ich hier rein? Es ist Ruhe jetzt. Schluss. Leute. Es reicht. Schon wieder ein Hinweis. Es ist schlimm. Meine kleine Tochter ist von zu Hause weggelaufen. Ich weiß nicht, was mit ihr los ist. Meine Frau ist seit drei Tagen nicht mehr aus der Badewanne gekommen. Alle um mich rum sind verrückt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Dieses Gas aus den Rohren, das habe ich noch nie bemerkt. Ich glaube, es ist alles seine Schuld. Hilfe. Hilfe. Ich weiß gerade nicht, ob ich richtig bin. Warum? Okay. Ah. Und hier ist der Kanister Benzin. Wo, 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 wo? Hier, ne? Mehr nicht? Mehr habe ich nicht, oder was? Wie Hilfe. 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 Da geht es nicht weiter, alles klar. Okay, ich blicke gerade nicht durch. Ich muss da lang. Ah, hier oben ist das gewesen. Bitte, 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 bitte. Ich möchte nicht... Nicht sterben. So, und jetzt? Oh, mein Gott. No, da la, da la. Scheiße. Wo muss ich denn jetzt lang? Ich will nicht. Ich will nicht. Ist oben irgendwas? Oh, mein Gott. Nein, immer noch nicht. Ja, doch jetzt ja. Ich will nicht. Ich will nicht. Ja. Ich will nicht. Ich will nicht. Schon geil und am Sternenhimmel Schlafen Aber was gibt es hier? Gibt es hier überhaupt irgendwas? Oder habe ich irgendwas? Oh ne, hier Oh ne, hier Oh man Wir laufen weg Das ist wirklich schrecklich hier Alter, was geht denn hier ab? Oh mein Gott Voll die Outlast-Vibes Ne, hier lang nicht Oh mein Gott Oh nein Hör auf damit, das ist scheiße Oh ja Das ist Actually Okay Oh My goodness Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe es geschafft. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Und verabschiede mich gleich. Ah, sie ist abgerissen worden. Alles klar. Ja, ja, ja. Okay. Boah. Das war kurz und intensiv. Also jeder, der sich erschrecken möchte, kann dieses Game gerne spielen. Also es hat wirklich intensive Jump-Scares. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich so hart erschrecke. Wir sehen uns dann im nächsten Let's Play. Danke. Ciao, ciao.